Hi, ich spreche im Film Toy Story 3 den Woody. Hallo, ich bin Christian Tramets und ich spreche Ken. Können wir bitte Rex abschminken, er glänzt auf der Nase. Ich bin Rick Cavaniard und bei Toy Story 3 spreche ich Rex. Neues Spielzeug! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Was leid ihr, auf neuer Mission. Willkommen in Sunnyside, meine Lieben. Du, Lozzo, wird mit den Spielzeugen hier jeden Tag gespielt? Spielt mit mir, spielt mit mir! Äh, Rex? Nein, der ist der, der ist der, der ist der, der ist der. Dick, da wurde, dick, dick, dick! Keiner von uns wird weggeworfen, okay? Wenn ihr nicht da seid, mache ich mich nackig im Synchronspiel. Weil ich finde, man muss sich ein Stück frei fühlen, wenn man so eine Rolle spielt. Am Anfang hatte man vor, mich exakt in diesem Outfit auch synchronisieren zu lassen. Wir haben einen Test gemacht und man ist wieder davon abgekommen. Und wer ist scharf auf Ken's Traumtour? Super, nehmen wir euch, danke! Christian Tramitz hat immer schon Barbie geliebt. Hallo! Ihr werdet sehr viel Spaß haben. Die Kleinen reißen sich um neue Spielsachen. Ein netter Bär. Und er riecht so lecker nach Erdbeeren! Outtakes! Er riecht so lecker nach Erdbeeren! Wir machen Griechisch Wasserhahn! Und er riecht so lecker nach Knoblauch! Outtakes! Sollen wir doch die Nerven verlieren! Hat irgendjemand die Outtakes gesehen? Hi, ich bin Ken. Barbie, sind wir uns schon mal begegnet? Nein, ich hab mich ja schon lang geschnachselt. Uh, du hast Schöne Füße! Ich steh auf deinen Scha... Servus! Ich bin der Kind, wer bist denn du? Du hast voll Schöne Füße! Boah, du hast voll Schöne Füße! Du hast Schöne Füße! Oh, ey, jetzt werd ich bei dir selber geheult. Super schön! Super schön hat er gesagt. Und erster Regisseur, musst du's wissen. Super schön hat er gesagt.